Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, ich war mal wieder und habe Penny gekauft und ich habe hier unglaublicherweise vier Tüten. So, ich dachte, es waren drei. Ja, Überraschung, Überraschung, es sind vier. Und wir machen mal eine auf. Mal gucken, was da für ein Kumpel drin ist. So, da haben wir als erstes Schäfer von Nürnberg. Das ist der erste. Der nächste ist Marco Russ von Frankfurt. Achso, was hat der denn für eine Nummer? Habe ich da nicht gezeigt. 214 hat der Schäfer und der Russ hat die Nummer... Oh, da kommt der Hertha. 85. Als nächstes haben wir hier Hertha BSC. Da sind sie. Und das ist die Nummer 18. Dann haben wir hier. Ab der Laue von Stuttgart hat er hier 256 ist die Nummer. Welche Nummer trägt Georg Niedermeyer von Stuttgart? Ja, was weiß ich. Dann haben wir hier noch von Bremen das erste Team. Die erste Teamhälfte, Nummer 51. Wer wechselt von Juventus Zürich zu Werder Bremen? Einige. So. Gucken wir mal, was der nächste Lüte ist. Nummer 141. Und das ist die erste Hälfte von Hoffenheim. Dann haben wir hier die 263. Spannung steigt. Tim Klose. So sieht er also aus. Die 131 haben wir dann. Stündel. Ich glaube, den haben wir schon gezogen. Dann die 86. Das ist Rode von Frankfurt. Und dann haben wir noch die 223. Und das ist Gebhard von Nürnberg. Da ist er. So, das war das Tüchchen. Wir haben ja noch was. So. Ne, ey. Wollt ihr mich veralbern? Ja, das war ein Top-Pull. Okay. Also nochmal gepackt. Schwegler haben wir dann hier von Frankfurt. Dann haben wir hier Marcelo von Hannover 96. Das ist eigentlich die Nummer 125. Dann haben wir hier Sven Ulreich von Stuttgart. Mit der Nummer 244. Und dann noch Hannover 96. Mit der 126. So, letzte Tüte. Oh, da ist ein Glitzerner dabei. Mal gucken, wenn wir hier haben. Die 31 haben wir. Die 31 ist... Elagui. Von Hertha. Dann die 151. Volland. Von Offenheim. Die 107. Wer mag das denn sein? Mike Hanke. Von Freiburg. 33. Was ist das denn? Mit diesem Code am Gewinnspielteil. Unter Top-Fußball. Rhabarber. Das ist ja der Hammer. Gut. Oh. Und hier haben wir dann noch das Braunschweig-Wappen. Ja, da ist es. Und die 172. Der Kapitän von Mainz 05. Ja. Der Kapitän. Der heißt Kapitän. Und das ist die zweite Hälfte von Mainz. Und damit sind wir auch schon durch, Freunde. Und ich sage Tschüss und bis bald. Macht's gut. Mach's gut. Fun ab. Wir fahren crahn mit dem Ausqualifiedert zwischen den Paulschweig und den Vorausschweig und da